Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Diese Folge müssen wir pünktlich nach 20 Minuten beenden, da ich gerade mein Ben & Jerrys zum Auftauen in den Kühlschrank gepackt habe. Also von der Tiefkühltruhe in den Kühlschrank. Damit das gleich wunderschöne Esstemperatur hat. So, weiter geht's in die nächste Höhle, um zu schauen, was wir da vorfinden werden. Wir sind eigentlich, eigentlich vorbereitet. Gut, wir haben nur noch einmal Dynamit. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm, wenn ich ehrlich sein soll. Weil das war für da unten, war das jetzt ganz gut, gerade mit den ganzen Babys. Aber, plopp. Ich gehe ja mal nicht davon aus, dass das der Dauerzustand hier unten ist. Sagte sie und wurde überrannt. So. Ich glaube, jetzt war das hier unten. Warum hänge ich denn ab? So. Dann schauen wir mal. Boah, laut. Laut, laut, laut. Keine Ahnung, warum sich die Koffer hier wieder zurückgesetzt haben. Weil ich glaube, die hatten wir doch auch schon leer geräumt, ne? Ich meine, es freut mich, keine Frage. Aber, ob das so sein soll oder nicht, wird sich rausstellen. Oder ist das hier die Urhöhle, wo wir eigentlich, hier ist die Höhle, wo wir eigentlich herkommen, gell? Das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das jetzt alles Dynamit wäre. Ich meine, wir können eh nicht mehr tragen, aber okay. So, wo sind wir denn hier? Ich laufe zu schnell, weil ich der Meinung bin, dass wir hier schon waren. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. So. Wow. Da hat aber jemand Rage hier. So. Das werden wir jetzt... Ne, hier waren wir offenbar noch nicht. Aber die Uhr nehme ich. Danke. Ich weiß gar nicht, ob wir da unendlich viel von einsammeln können. So, Isle of Travel steht da drauf. Ah. Die ganze Zeit gerätselt, weil das ja dann doch immer wieder von diversen Körperteilen überhangen war. Die Uhr geht weg. So. Guckt ein bisschen geschockt, ne? Ah, ne, die hat die Augen zu. So, also hier können wir tauchen und das werden wir dann gleich tun. Jetzt erstmal gerade hier weiter, um zu gucken, was sich hier noch verbirgt. Aber ich glaube, das ist der Weg, wo wir ursprünglich herkommen, ne? Ich glaube, das ist so. Ich glaube, wir kamen von der Seite, genau. Und dann hier durch und da hinten hoch und dann kamen wir aus der anderen Höhle wieder raus, ne? Ich tue gerade so, als hätte ich Orientierung. Ich bitte darum, das voll ernst zu nehmen, was ich hier sage, weil ich bin der Meinung, dass ich gerade voll recht habe. Allerdings weiß ich nicht, warum wir die anderen Passagiere nicht angeguckt haben. Gut, wenn wir hier direkt rechts weitergelaufen sind, sind die uns wahrscheinlich hier nicht aufgefallen, hier die beiden. Soviel zum Thema, ich will die Höhlen gründlich untersuchen. So, dann wollen wir mal. Ach, das ist eigentlich auch eine sinnvolle Variante. Wir stecken mal das Feuerzeug weg. Wie sieht es aus mit Sauerstoff? Glaube ich, das merken wir erst, wenn wir im Wasser sind. Los geht's, ganz gut. Hier ist halt die Atmosphäre mega genial gemacht, weil man halt einfach, man sieht ja nicht besonders gut, ne? Ich meine, das müssen wir nicht sagen. Aber, ah, hier sind wir ermordet worden. Ich erinnere mich. War das hier? Nee, das war gar nicht hier. Großartig. Sackschuss! Entschuldigung. Ja, das findest du witzig, ne? Wenn ich den irgendwie dazu kriege, dass er tiefer ins Wasser geht. Ja, jetzt ist er tot. Sehr schön. Okay, und ich glaube, wir behalten das Scoobal Gear einfach an. So, Moment. Ich meine, wir können uns im Notfall ins Wasser retten. Ach, komm. Bitte. Ich glaube, das hier sieht für mich so aus wie der Teil, wo wir die Kletterausrüstung finden. Oh, Scheiße. Hat sie mich schon gesehen? So, sie hat uns gehört. Ja gut, ich meine, wir haben Dynamit gebrochen. Klar hört sie uns. Nein, zu weit, zu weit! Fuck. Fuck. Komm, komm, komm ein bisschen näher. Komm schon. Haben wir sie erwischt? Ah, nein, natürlich nicht. Ey, da tut mir hier weh. Wo ist er? Hier könnt ihr mir nicht folgen. Okay. Ist das scheiße. Okay. 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 Ja, das ist jetzt richtig scheiße. Wo ist jetzt meine Waffe hin? Wo ist er? Ernsthaft? Haha. Okay, warte mal. Der hat einen Pfeil von mir, glaube ich. Nee, hat er nicht. Okay. Gut, gut. Eigentlich deutet diese Beleuchtung aber doch wohin. Okay. Gut, gut. Ich schaffe aber, meine Augen brennen voll. Aber ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Da. Okay. Sie brennt. Sie brennt, aber sie brennt auf mich zu. Warum brennt sie auf mich zu, wenn sie brennt? Äh, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Hm. Okay. Ähm. Ich will da jetzt irgendwie gerade nichts zu sagen zu. Weil das ziemlich bescheuert war. Hier müssen Pfeile drin sein. Hoffentlich. Nee, Flares. Pfeile, gut. Was ist denn das jetzt? Hallo, ich will den aufheben eigentlich. Ach, Mist. Ich würde die gerne abbrennen. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Ah, die kann man abbrennen. Ich wollte das Vieh eigentlich. Mit Dynamit erledigen. Und dann sowas. Naja, gut. Ich meine... Ja? Ne? Ja, hier krabbelt noch irgendwo einer rum. Ich höre es. Man hört es ziemlich deutlich. Oh, hier kann man speichern. Dann speichern wir hier auch direkt. Äh, hier. So. Okay. Gut. Das klingt alles nicht besonders einladen. Ich hätte halt gern die Haut. Das ärgert mich jetzt voll. Aber ich glaube, unter Wasser bringt uns das nichts. Naja. Gibt man sich halt schon so Mühe, ne? War ja richtig Arbeit. Und dann... Wo geht das nicht? Ach so. Ach so. So. Gut. Mal sehen, was uns hier sonst noch so erwartet. Also ich erinnere mich, dass in der... Am Anfang die Kletterausrüstung in dem Lichtschein einer solchen Lampe hier mal war. Aber die haben ja mehr geändert. Von daher... Okay. Wie viel Dynamit habe ich verworfen? Brauche ich nicht mehr. Ich brauche mich nicht mal mehr heilen. Alter, was ist hier denn los? Okay. Irgendwie traue ich dieser Ruhe hier nicht. Okay. Was könnten eigentlich... Sind das hier keine Passagiere, ne? Ne, die sind alle nur halb. So. Was ist hier sonst? Nichts gibt. Hm. Okidoki. Hier muss doch irgendwas rumliegen. Das kann doch nicht sein, dass hier so gar nichts ist. Die setzen doch hier keinen... Keinen Mutanten rein, um den Stein zu beschützen. Da muss es mehr geben. Ach, das könnten von meiner Explosion sein, hier diese Einzelteile. Oder die spawnen die. Hm. Ich weiß es nicht. Noch eine Kiste. Blasht. Hier scheint echt nichts zu sein. Warum nicht? Ah, hier geht es weiter. Okay. Jetzt habe ich wieder Angst. Hm. Ich habe keine Brandpfeile mehr. Hm. Hm. Ich habe keinen Alkohol mehr. Das ist auch kein Einzelner, ne? Oh oh. Ich brauche Abstand. Und Alkohol. Du musst es irgendwie schaffen, die so voneinander separiert zu kriegen. Na gut, wenn die hier nur so rumrennen, ist das jetzt nicht das größte Problem, aber... Hör auf zu mich zu hauen! Oh, scheiße, 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 ich habe mir fast die ganze Rüstung runtergezogen. Warum sind die so schnell und warum bin ich so kacke? Ich schlage schon mal so voll prophylaktisch zu, in der Hoffnung, dass ich sie vielleicht... Ha! 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 Tod? Tod. Okay, einer... Tod. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch um einen und um die Babys kümmern. Ha! 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 Was war das jetzt? Ob es Blut unterström... Äh, überströmt. Nicht unterströmt. Dann... Äh, wo kommt denn der jetzt her? Ha! Oh Gott. Das war... Jetzt gerade Glück. Hätte bestimmt keiner gedacht. So, okay. So. Fliegen hier ernsthaft schon die Fliegen auf den Leichen, die unter Wasser sind? Weil ich höre das nämlich. Komm her! Ja komm, fein ins Wasser, komm! Ja komm! Jetzt traut er euch nicht, ihr Schisslappen! Ja, wo ist er? Ah, jetzt ist ernsthaft kalt? Hi Mietzekatze! Ah! So fang dich nicht im Kabel! Hallo! Hallo, was ist das? Warum kriege ich den nicht? Aha! Okay, einmal Feuer. Und ganz dringend Rüstung. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Okay. So. Das klingt wie ein Schlitten, als würde hier irgendwie jemand einen Schlitten ziehen oder sowas. Der liegt noch nicht im Feuer hier, der brennt noch nicht. Ne? Also ich würde sagen, das klingt wie als würde jemand einen Schlitten ziehen. Ach, Mietzekatze. Sehr lieb, dass du mich besuchen kommst. Na großartig. Feuer. Feuer leer. Nein, nicht aufheben. Ich will das Feuer anzünden. Okay. Äh, wieso sind die wieder zu? Oh! 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 Ich mein jetzt mal recht, aber warum ist das so? Okay, ja jetzt bin ich ja voll. Okay. Hm. Ah, in der Zwischenzeit. So. Hunger haben wir auch noch. Dann. Wollen wir uns schon den Hasen reinhauen? Ne, ich glaube mit Snacks kommen wir noch ganz gut zurecht. So. Und dann kümmern wir uns jetzt als nächstes um die Babys. Die Feuerstelle ist auch weg. Auf geht's. Gefällt mir so gar nicht, weil die Viecher sind echt übel geworden. so. Ach, die 20 Minuten sind voll. Mein Ben & Jerrys schmilzt vor sich hin, aber ich will jetzt grad echt nicht aufhören. Da sind sie. Ja, die krieg ich so nicht. Wie auch. Ne, keine Chance. Habe ich jetzt zwei auf einmal? Sehr geil. Okay. Okay. Ist ja witzig. Ich will den Pfeil aufheben. Hallo? Das ist doch so eine Kacke jetzt hier. Aufstellen ist nicht. Und den Koffer kriege ich so auch nicht auf. Kann ich den rausschieben irgendwie? Hm. Na ja. Hoffen wir einfach mal, dass nichts spannendes drin ist. So. Da geht's noch tiefer nach unten. Und wo geht's da hin? Mein Gott. Ah. Na endlich. Was haben wir denn hier? Kassette. Die mit Mittagessen, was? Was ist das? Eine Waage ist da gemalt und eine nette Beleuchtung haben wir auch dabei. Das können wir nicht aufheben. Oder wir müssen das aufheben. wieder drei Meter daneben stehen? Nee. Ja. Alkohol gesammelt. Snack. Bist du? Nö. Du bist auch kein Passagier? Doch. Passagier gefunden. Wie weit die die durch die Gegend getragen haben. Okay. Hä? Ah. Nee. Da komm ich her. Hä? Jede Menge Alkohol. Oh. Zum Glück. Du kannst nicht mehr tragen Medizin. Ja, Medizin ist jetzt gerade im Moment nicht so wichtig. Snacks. Dann hauen wir uns doch mal zwei Stück rein. Was liegt hier alles? So. Seil nach oben ist jetzt erstmal gerade nicht so spannend. Seil nach unten. Das war hinten. Wäre jetzt in erster Linie erstmal spannender. Ich glaub dann haben wir hier alles. Ah. So. Ich geh jetzt nochmal zu dem Zelt zurück. Wie gesagt. Schisslappen. Speichere da. Mach Pause. Ess mein Ben & Jerrys. Und dann komm ich wieder. Und wir benutzen das Seil nach unten. Doch tiefer die Höhle als gedacht. Wie sieht denn das auf der Map aus? Ah ja. Sagt mir gar nichts. Pupala. So. Okay. Einmal C. Speichern hier so oft es geht. Ist mir scheißegal. Bestätigen. So. Und dann machen wir jetzt Päuschen. Damit ich meinen Ben & Jerrys essen kann. Gell? Miezekatze. Und so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.